Hallo, Sina. Na, geht's Ihnen gut heute? Hey! Warum antwimmst du nicht, du Arschloch? Ich löse Mama! Wenn die Profis noch nicht mal mit dir klarkommen, wie soll ich das dann schaffen? Sie sind ihre Mutter, sag ich. Benni braucht eine langfristige Lösung. Ja? Hey, Sina, du darfst dich einfach in mein Zimmer. Ich bin ein Schulbegleiter. Ich kann nicht in die Schule! Ich mach mal einen Vorschlag. 1-1-Betreuung. Drei Wochen und bald. Wo ist denn der Fernseher? Gibt's nicht. Kein Strom, kein Internet. Und schönes Blutflugkacken. Ich hasse dir! Weil ich mal so auszicke, darf ich nichts zur Mama. Das kannst du dir erinnern. Hab ich schon mal dein Echo gehört? Mama! Mama! Mama hasst mich. Willst du mein Papa sein? Ich hab schon eine Familie, Benni. Und du auch. Ich hab manchmal richtig Angst vor ihm. Ich kann es nicht mehr. Verabschieden Sie sich wenigstens von Ihrer Dochter! Fick dich! Ich verliere die nötige Distanz. Wie, ist das jetzt Ihr Ernst? Diesmal muss es klappen. Die älter du wirst, desto beschissener werden die Maßnahmen. Ich hab die Maßnahmen für dich! Keine Sorge, das ist Sicherheitsglas. Er erzählt... Wie heiß ich? Ekelmaßmensch. Na also, wird doch... ... ... ... ... ... ...